Möglichkeit 1. Eine Cover-Version. Du kannst einen Matter-Song nachsingen und uns ein Videofile davon schicken. Bitte nicht im Stile dieser furchtbaren Money Matter Sampler, die es auch schon mal gab. Nein, bitte so, dass er nach heute tönt. Wichtigste Regel, langweile nicht. Du kannst eine typische Matter-Holzgitarre benutzen, aber auch MIDI-Files, Sampler, Computer, was immer du willst. Es muss einfach den richtigen Spirit haben. Möglichkeit 2. Du kannst aber auch einen eigenen Song schreiben und einspielen. Schick uns ein Videofile davon, wie du den Song performst. Das muss nicht genau Money Matter sein, sondern darf und soll nach dir und heute tönen. Und auch hier gilt Oldschool-Gitarre zählt, aber auch moderne Instrumente. Zeig uns deine poetischen und musikalischen Fähigkeiten. Möglichkeit 3. Wenn dir diese musikalischen Fähigkeiten fehlen, kannst du uns auch einfach einen Text schicken als Word-Datei. Um bei uns mitzumachen, musst du also kein Instrument spielen können. Einzige Bedingung, der Text muss neu sein, von dir und nirgendwo geklaut. Möglichkeit 4. Wenn du ein Top-Musiker bist, aber eine Niete als Texter, kannst du auch einen Text, den ein User vor dir eingeschickt hat, performen. Wenn du Texte brauchst, schick uns ein Mail an stadtheater.tv at gmail.com. Schick uns ein Videofile. .